Herzlich willkommen hier Holzköpfe und damit willkommen zurück zu Rainbow Six Siege zusammen mit einem wundervollen Dalu Card, mit den sächsischen Kuntran, mit den Berlinerischen X-Clear und Schau dich kaputt leiden Was gibts da eigentlich so ein Bremer oder nicht? Scheiß bin ich, das maximale Bundesland, das war's. Okay, also du bist Bremer. Also ich schnauze ich, ich komm da gleich rüber. Du kommst nach Bremerhaven, ist ja doch richtig fischig. Ja und? Ich wohne nicht in Bremen, ich wohne in Bremerhaven, nicht in Bremen, hau mir ab. Das ist Bremen. Das war so ein kleines Ticket wie mit Köln und Düsseldorf. Nee, bei Bremerhaven steckts immer auf morgen noch der Hafen von Bremen, oder? Wir sind nicht der Hafen von Bremen, die Schnauze! Bremerhaven ist doch einfach noch der Hafen von Bremen. Alex hast du gerade gemessen? Alex! Au! Hey, Öl, jetzt komm mal. Warum messerst du? Nicht jetzt, kein Stress jetzt hier im Team. Was passiert hier? Wieso ist hier so viel Road? Kein Stress jetzt hier. Leg mal die Westen hier. Early! Jetzt sind die Westen unten, Alter! Wuh, Westen für alle! Oh, schon wieder einer lief. Ja, das sind die neuen Server jetzt. Danke. Die kicken Leute einfach random. Aber jetzt ist Dark-Andrea ist da. Dark-Andrea-99. Machen wir vielleicht mal irgendwann so eine Challenge? Was lief denn jetzt die Westen? Was wir Challengen will? Wir waren ja seit einem. Und wir Challenges vier Folgen mit dir. Ja, ich hätt so ein paar Ideen. Für eine Challenge hinzugehen als Verteidiger. Alles, was man verbarrikadieren kann, zu verbarrikadieren. 1999 möchte ich die Challenges wieder haben, ey. Die Challenge, die wir haben, ist über 500 Folgen Rainbow Six zu zeigen, ey. Ich hab S-160. Das ist ne Challenge, ja. Zusammen oder einzeln? Einzeln, das wird richtig hart, ey. Ja, das wird richtig hart. Operation Health erhält uns am Leben. Mit dem geilen Updates. Der vor oben, der Halu. Einer ist low. Da war da nochmal. Einer, du bist so... du bist so laut da, Halu. Na, ich hab grad gedacht, du stehst neben mir. Wenn jemand zu mir kommt, ich hab den in den Shirt vom Fenster. Bei mir. Da. Der ist in den Shirt. Ah. Ja, ich bin noch... Ich hab Rubberbending hier. Du hängst. Ja. Ja. Ja, ich kann mich nicht bewegen. Ich bleib jetzt hier stehen, tut mir leid. Ich würd dir gerne da helfen, aber... Alles low ist down, danke. Warte, wer? Warte, ich kann den nicht aussperren, Dalu. Als ich grad den Dalu jetzt gekillt hat, oder? Als ich weggeschubst. Jaja, das war der, der am Boden lag. Das ist mit dir, Halu. Okay, können dran, kannst du... ja doch, danke. Hör nur nicht um das Schild drumherum. Hold the door. Alarm. 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 Jemand hat meine Position entdeckt. Hinter mir. Das heißt, unten muss jemand sein, da. Noch, Rommi nur gerade auf. Wo war die Ash gerade? Hinter mir war die Explosion. Oh, bei mir ist ein Blitz. Ah, die Blitz haben sie aber irgendwas geändert. Der ist ja richtig crank. Okay, Blitz vor mir. Also. Oh, der hat einfach nur geleckt. Rechts von mir hör ich auch noch Steps, sagst du? Und Fenster. Ja. Ah. Uuuuh. Das war Warlhack, Junge. Guck mal, Kondran hängt fest. Ja, ich... Das war echt ne spannende Folge hier. Es gibt keine neuen Hitboxen. Einfach alle Hitboxen sind Kopf. Es gibt aber eine neue Änderung. Guck dir das mal an. Direkt erster Schussmann. Was war die denn da? Alter, das war voll der Matrix-Move bei mir. So, Blackberry. Okay. Jetzt... Ich will endlich die Animation sehen. Ach, komm. Das funktioniert nicht. Wie viele Punkte hast du denn du? Ja, das wird nix. Doch, doch. Drei Kids sind herunter. Die Defender-Runde verlieren. Stimmt. Das sieht doch ein gutes Team, ey. So ein richtiger Gang. Ich sehe einen schönsten aus. Langweiler-Bild. Voll Mainstream, ne? Jetzt kommt erstmal wieder Defender aus nächstes. Der Ausdruck kommt von Fletcher voll überrascht aus. Überrascht? Überrascht. Toilette? Nee, Bettraum hier. Keine Ahnung, wie das Ding heißt. Bettraum. Ja, 1F Bedroom heißt das tatsächlich. Einfach nur ein Bett drin. 1F Bedraum. First Floor. Stimmt, First Floor. Achja, die sind ja... Hä? Aber warte mal, wir sind auch hier in Japan oder sowas, oder? Ja, gibt kein Erdgeschoss. Gibt's nicht? Nee, ist auch First Floor, glaube ich. Erdgeschoss First Floor. Ich glaube, das ist ja bei den Armys und den Eckwerken auch schon unterschiedlich, ne? Bei den Armys ist das genau. Irgendein Ground Stage oder so gibt es das. Ja. Guck mal nach links, das Stück. Ja, da ist mal einer. Alter, der Bambus ist aus Stahl. Ja. Ja. Ja, normal. Bambus immer. Der Bambus wächst schnell. Und? Super stabil, aber nicht unzerstörbar. Der Bambus von Ikea. Vorgerät in Geschäft. Der Bambus von Ikea ist doch gefakt, oder? Guck da so'n Kopf raus. Ich glaube, ich spinne. Haben die Polizisten? Ja. Was hast du da gemacht? Was war das? Okay, Blackbeard ist... Los, rennt rein, komm dran. Ich schütze dich von hinten. So. Hat sich bewegt. Und Blackbeard. Äh, nicht Blackbeard. Tachanka steht im toten Winkel. Es ist unmöglich, den zu treffen. Der hat so viel gestrappt. Danke, Kunran. Sein Kill. Darfst du haben. Danke. Wir haben einfach reingerannt in den Raum, ohne was zu machen. Ja, ne. In der Wegen. Ich weiß, hab ihn nicht gesehen. Ich bin drinnen, down. Er müsste dahinter am Bett liegen. Chill, 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 chill. Ja. Ich chill noch. Sehr gut. Nein! Ich hab getappt in der Zeit. Hallo da, hallo. Was macht der denn? Der hat sich gar nicht gewehrt. Der hat mich auch nicht getötet. Ich chill da noch ein bisschen. Ja, weil ich ihn beschossen hab. Ach. So, was spielen wir denn jetzt verrückt? Ah, hier müssen wir jetzt verlieren, ne? Ja, wir gewinnen. Nein, nein, wir spielen einfach auf Sieg. Also, wie immer. Ich nehm jetzt auch... Jetzt wird's krass, ey. Oh, ne. Also, ich hab gedacht, du bist da Tachanka. Na da, Schach. Na da, Schach. Na da, Schach hatten wir aber eben schon. Schmorg. Schmorg. Oh Gott. Eddy? Ja? Ich will jetzt drei Verhörungen sehen. Was krieg ich, wenn ich das schaffe? Wenn du es schaffst, kriegst du 5 Euro. Und wenn du es nicht schaffst, musst du uns einbefüllen. Ach ja, die Schnauze! Bei drei Verhörungen kriegst du ein Bier auf der Gamescom. Wenn ich das schaffe, krieg ich 100 Euro von dir. Ne, ein Bier auf der Gamescom. Ja, du kriegst ein Bier. Ja, ein Bier ist gut. Ich wette um 100 Euro. Wenn du es schaffst, kriegst du 100 Euro von mir. Wenn nicht, krieg ich von dir 100 Euro. Nee, du trinkst kein Bier. Ja. Schlimm, ich weiß. Ist das ein Ja auf die Challenge? Nein. Ey, 100 Euro, Early. Da kannst du richtig viel Gämbel mit. Du kannst ja gar nicht verlieren. Schock, Runde, zerstört. Das wäre eine Bier. Early, komm! Bleig ein! Ohne, drinnen. Ach, Mann. Bisschen warm hier oben aber. Kann das Gefühl, die Waffe ist langsamer mit Schalldämpfer. Kann das sein? Ja, ja. Die ist auch sehr langsamer. Generell oder nur mit Schalldämpfer? Englisch. Kannst nicht abmachen. Der Schalldämpfer macht die Waffen nicht langsamer. War das schon immer? Da war doch früher noch kein Schalldämpfer drauf. Doch. Nein. Genauso wie bei Echo. Doch. Und bei Echo macht der Schalldämpfer null Sinn, weil es ein langsamer Operator ist. Ja, das geht ja von da. Early, geh mal in die Ecke da, die ich pinge. Oh, sie sind bei mir am Fenster. Also hier. Ich hab sie alle identifiziert. Allesamt. Guck sie dir an. Das ist doch. Jetzt hab ich hier vielleicht ein bisschen zu viel Loch reingemacht. Sniper, Sniper. Rechts vom Fenster irgendwo. Drohne drin. Wird das Ding jemals entdecken werden? Das war ja richtig schlecht. Alavia sucht. Er rennt die Ecke. Er zieht mir einfach nicht. Ist entjured. Ist entjured. Rechts. Aber das sind mehr. Danke. Ordalu. Aber ich war einmal getroffen. Wenn man nichts drin macht. Oder Ordalu. Von mir aus. Danke. Wird Drohne bei mir. Und die. Shit. Ich wollte noch um die Ecke rennen. Links guckt raus. Rechts ist um die Ecke gerannt. Ah ok. Er hat gewartet. Das war schon richtig so von ihm. Schöne Runde. Und nicht verhört. Keine Verhörungen. Ja. Kein Bier. Kein 100€. War auch letzter Kill hier. Makelloser Sick. Mein erst mal Kamera. War eine schöne Runde. Werd. Was ist das? Ich hab keine Ahnung wer ab oder redet. Sagste. Ja richtig. Däumchen da lassen. Nicht vergessen. Guckt meinen geilen Helm an. Und bei Odifoy vielleicht mal vorbeischauen. Wenn ihr auf Minecraft steht. Bis dann. Tschüss. Hier betaki 20 Acest. Bin ein. Bye. Wir sind longtemps Rap eng. wound rasch. Schönen sichern. Ja. sehr gut ist.